Auf der spanischen Insel Santa Cruz de la Palma ist es wegen der immer weiter vorrückenden Labermassen zu neuen Schutzmaßnahmen gekommen. Die Behörden haben angeordnet, etwa 300 weitere Menschen in Sicherheit zu bringen. Damit steigt die Zahl der Menschen, die wegen der Folgen des Vulkanausbruchs flüchten mussten, auf mehr als 7000, wie der staatliche TV-Sender RTVE am Donnerstag berichtet. Zugleich seien weiter etwa 100 leichte bis mittlere Erdbeben registriert worden. Eines habe die Stärke von 4,5 auf der nach oben offenen Richterskala gehabt und sei damit das Heftigste seit dem Ausbruch des Vulkans am 19. September gewesen. Seit die Nordflanke des Vulkankegels am vergangenen Samstag kollabiert ist, verstärkt sich der Lavafluss durch bewohnte Gebiete Richtung Meer. Auch war die austretende Lava mit rund 1200 Grad heißer als zuvor und damit dünnflüssiger und wieder etwas schneller. Nach der Auswertung der Daten des europäischen Erdbeobachtungssystems Copernicus wurden bisher 1548 Gebäude durch die Lava zerstört und eine Fläche von 680 Hektar von Lava und Asche bedeckt. Das entspricht knapp 1000 Fußballfeldern. Zu Schaden ist bisher noch niemand gekommen. Der Flughafen der Insel ist nach Angaben des Betreibers Aena weiter betriebsbereit, wird aber nur noch von wenigen Fluggesellschaften wie etwa Pinta angeflogen. Der Flugverkehr zu den anderen großen Touristeninseln der Kanaren, Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria oder Lanzarote läuft normal.